Was ist Self-Publishing? Es gibt natürlich Blogger im Vorteil, die von ihrem Blog vielleicht schon ihre Zielgruppe mitbringen, die sie nun auch für ihre Texte und für ihre Bücher begeistern können. Wenn das funktioniert, dann kann es eine gute Möglichkeit sein, all die Texte, die vielleicht ein Nischenpublikum erreichen, das normalerweise nicht die große Breite liest, sondern spezielle Themen, spezielle Bücher, auch spezielle Romane, die dort zu erreichen. Vielen Dank.